Ich bin Wissenschaftlerin seit zehn Jahren und ich forsche in einem Bereich der heißt Social and Semantic Collaborative Computing. Ich habe eine Arbeitsgruppe. In dieser Arbeitsgruppe erforschen wir, ich sage jetzt mal ganz global, wie Menschen gemeinschaftlich unter anderem auch Software erstellen oder an einer strukturierten Datenbank arbeiten und was wir da machen ist, wir entwickeln Software. Wir entwickeln Software, wir analysieren Daten, wir erstellen Lernmaterialien und natürlich wir publizieren. Jetzt können Sie sich ja vorstellen, was für ein Thema ich heute vorstelle, nämlich das Thema offene Wissenschaft. Im Gegensatz zu vielen anderen, die heute hier etwas vorstellen, bin ich mehr so der Praktiker. Also ich bin wirklich in diesem Thema als Praktiker, nämlich als Wissenschaftlerin und bin in diesem Thema ausgesetzt. Und was bedeutet das? Also welchen, was bedeutet das für mich als Praktikerin, als Wissenschaftlerin, das Thema offene Wissenschaft? Auf der einen Seite geht es darum, wissenschaftliche Erkenntnis verfügbar zu machen und Verfügbarmachung heißt hier nicht nur zugreifbar zu machen, sondern auch, und das ist ganz ganz wesentlich, verständlich zu machen. Also was bedeutet eigentlich unsere Arbeit als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler? Was machen wir da eigentlich in diesen Universitäten? Die ganzen Steuergelder, die da reingehen, wozu sind die eigentlich da? Und das wurde, wie ich finde, auch sehr gut dargestellt durch das sogenannte Science Gap. Wir sehen ja auf der einen Seite die Wissenschaftler, die da in ihren Büros sitzen oder Laboren und Dinge erforschen und diese Ergebnisse, die Erkenntnisse dieser Forschung durchlaufen einen ganz ganz langen Weg, bevor sie im Endeffekt dann hier in der Öffentlichkeit ankommen. Unter Umständen gar nicht verständlich, unter Umständen falsch und unter Umständen ist es überhaupt nicht klar, warum diese ganzen Gelder überhaupt in die Hand genommen werden mussten. Warum brauchen wir das CERN überhaupt? Warum ist es wichtig, dass da so viele Forscher zusammenarbeiten? Auf der anderen Seite geht es aber auch um den gesamten wissenschaftlichen Prozess, also genau um die Software, um die Daten, um unsere Publikationen und um unsere Lernmaterialien. Um all diese Dinge geht es, nämlich diese Ergebnisse unserer Arbeit oder die Bestandteile unserer Arbeit offen zu legen und verfügbar zu machen übers Netz. So, jetzt stehe ich da mit meiner kleinen Arbeitsgruppe und meinen Mitteln und habe diese ganze Komplexität vor mir. Und die EU hat das, also die Europäische Kommission hat es nämlich ganz gut zusammengefasst, das gehört alles zu einer offenen Wissenschaft. Diese ganzen Themen, die Sie hier sehen. Und da geht es auch um Themen, die wir gleich noch mal näher von anderen Personen hier hören. Es geht um offene Daten, wie wir gerade gehört. Es geht aber auch um Open Access und es geht um Kommunikation. Genau das ist das Problem. Genau nicht die Kommunikation, sondern die Komplexität, die dahinter steht. Und trotzdem bin ich ganz froh, dass ich Ihnen heute zwei Erfolge meiner Arbeit mitbringen kann, die nicht alle auf mein Konto gehen, sondern eher in Kollaboration entstanden sind. Den ersten Erfolg, den ich Ihnen heute mitbringe, das sind auch persönliche Erfolge aus dem letzten Jahr, ist ein großes Forschungsprojekt. Ich komme jetzt wieder als Forscherin hier an. Das heißt so schön, das ist ein DFG-gefordertes Forschungsprojekt, also von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Das ist die German Federation for Biological Data. Und was wir dort machen als Wissenschaftler, wir arbeiten an Infrastruktur und uns geht es darum, dass wir offene Repositorien, also Datenrepositorien, wo zum Beispiel Umweltdaten liegen, Sequenzdaten liegen, zugreifbar machen über eine Plattform. Und viel wichtiger ist, das ist die Arbeit, die ich mit meiner Forschungsgruppe leiste, dass wir die Daten verständlich machen über Fachdisziplin hinweg. Diese Daten sind nämlich insbesondere interessant für den Bereich Biodiversität. Sie wissen, das ist ein großes Thema. Wir, viele, viele Arten verschwinden täglich von dieser Welt. Also die Wissenschaftler kommen gar nicht hinterher, diese Daten aufzuzeichnen. Und wir helfen hier mit diesem Projekt den Wissenschaftlern auf Daten aus unterschiedlichen Disziplinen zuzugreifen und die zu kombinieren. Ein zweites Highlight aus meinem letzten Jahr hat weniger mit mir zu tun, sondern eher mit den Menschen, die dort abgebildet sind. Das hat auch viel mit diesem Ort hier zu tun, nämlich das Fellow-Programm. Sie haben sicher schon davon gehört, das Fellow-Programm Open Science und was gefördert wurde von Wikimedia Deutschland und dem Stifterverband. Und ich hatte die Möglichkeit oder die Gelegenheit, zwei Fellows zu begleiten. Das war ganz großartig für mich zu sehen, was da für Nachwuchs kommt. Weil ich bin ja schon so ein bisschen das alte Eisen und da kommen ganz großartige junge Wissenschaftler, ganz engagiert für das Thema Open Science und die, wie ich finde, auch mit sehr, sehr guten Ergebnissen zeigen konnten, was möglich ist. Denn das ist eines der Probleme bei der offenen Wissenschaft. Und das ist das, was ich als Misserfolg darstellen möchte. Ich habe Ihnen noch dieses Rad gezeigt. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie müssen jetzt, Sie sagen jetzt, ich stehe für offene Wissenschaft. Das mache ich. Das heißt, ich adressiere all diese Themen, die dort abgebildet sind. Kann ich das überhaupt als einzelne Person? Und vor allen Dingen, Hauptproblem, was ist mit den Institutionen? Was wir momentan haben in Deutschland, sind vor allen Dingen großartige Menschen, die aber häufig einzeln arbeiten. Ich möchte also Daniel Mietchen zum Beispiel zu nennen oder Peter Kracker, die ich im Rahmen des Fellowship-Programms kennengelernt habe. Aber was wir brauchen, ist auch Unterstützung von Institutionen. Und wir brauchen hier ein ganz klares Commitment von Institutionen, die sagen, wir stehen als Institution, als Forschungsinstitution für offene Wissenschaft. Ja, um halt auch den Einzelwissenschaftler zu unterstützen, in seiner Arbeit seine Forschung zu öffnen. Ja, und ich möchte Sie jetzt einladen, ganz am Ende, nämlich einladen. Am 22. April findet der Marsch für die Wissenschaft statt, falls Sie noch nicht davon gehört haben. Da geht es nochmal darum, zu zeigen, wofür wir stehen als Wissenschaftler, wie wichtig unsere Arbeit für die Gesellschaft ist und wie wichtig es ist auch, dass wir als Wissenschaftler, dass wir eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft haben, nämlich auch unsere Forschung darzustellen, begreifbar zu machen und nachvollziehbar darzustellen. Ja, vielen Dank. Applaus